Hat die deutsche Autoindustrie wirklich verstanden, wie schnell der Wandel kommen wird zur Elektromobilität und wie schnell sie agieren muss? Wir schauen uns heute am Beispiel von ARK Invest mal die Trends an, was hier in den nächsten Jahren wahrscheinlich passieren wird. Aber nicht nur in Deutschland, egal ob es hier einige gibt, die kein Elektroauto wollen, sondern weltweit, was da alles passieren wird. Und das wird sehr, sehr interessant. Als allererstes die Tesla Supercharger. Hier werden immer mehr geöffnet, betonend nicht alle. Und ich gehe davon aus, dass das daran liegt, dass man die Hotspots, wo wirklich die Auslastung immer sehr, sehr hoch ist, dass man die nicht für Nicht-Tesla-Fahrer öffnen wird, sondern dass man vor allem die Stationen nimmt, wo entsprechend oft die Auslastung sehr niedrig ist. Und somit man natürlich durch die höhere Auslastung an diesen Superchargern dann auch ein bisschen mehr Geld verdienen möchte. Ich halte es für logisch und ich finde es auch gut. Und wir haben in den anderen Ländern, also zum Beispiel wie in den Niederlanden und auch Norwegen, bis dato keine größeren Probleme gesehen, als dort die Supercharger geöffnet worden sind. Ja, wenn dir dieser Bericht von ARK Invest und mein Video gefällt, lass gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und wir starten rein mit der Grafik links. Da sehen wir sehr, sehr deutlich, in den schwarzen Punkten ist das, was wir in 2017 erwartet haben. 2 Millionen Autos in 2022, das ist ja ein Witz, wenn man sich anschaut, wie schnell die Entwicklung vorangeschritten ist, nämlich weltweit knapp 8 Millionen Elektroautos. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie geht diese Entwicklung weiter? Wird es plötzlich langsamer werden? Werden die Elektroautos plötzlich weggehen? Ich glaube eher nicht. Also schauen wir in die rechte Grafik rein und da geht man jetzt von ARK Invest Seite aus, dass bis 2027 60 Millionen Elektroautos jedes Jahr verkauft werden. Selbst wenn es nur 40 wären und wir sagen, das ist ein bisschen aggressiv, dann ist doch vollkommen klar, dass das Produzieren von Verbrennern nicht mehr profitabel ist, weil die Auslastungen nicht mehr da sein werden in den Fabriken. Und wenn wir jetzt mal von 2018 bis 2022 durchschauen, dann war 2021 das einzige Jahr mit 1,7 Prozent, wo die Verbrenner überhaupt noch ein minimales Wachstum gesehen haben. 2020 mit 16 Prozent, natürlich Corona-Jahr vollkommen verständlich. Aber schon 2019 mit minus 7,2 Prozent, 2018 minus 1,2 Prozent und selbst jetzt mit der Normalität, die wir in 2022 ja schon bereits hatten, minus 6,9 Prozent. Da soll mir also mal jemand erzählen, die Verbrenner werden weiter bleiben. Nein, das ist ein schrumpfender Markt und da kann man diskutieren, was man möchte. Es wird sich die Elektromobilität durchsetzen und wir neigen ja dazu, in Deutschland noch über Technologieoffenheit zu diskutieren, über Alternativen zu diskutieren. Es ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages schreitet hier auch das Thema Batterien immer weiter voran und man erwartet hier eine immer höhere Energiedichte. Ich habe bereits in anderen Videos gesagt, dass auch mit den Updates für das Tesla Model 3 oder vielleicht auch in ein, zwei Jahren dann wieder das Tesla Model Y mit besseren Batterien, höhere Energiedichte, gegebenenfalls sogar kleinere Batterien, noch effizienter, dann auch die Kostenseite immer besser wird. Sprich, Tesla oder auch andere Autobauer, die richtig investieren, richtig voranschreiten, werden die Möglichkeit haben, die Preise so niedrig zu setzen, dass es für einen Verbrennerfahrer gar keine Diskussion mehr gibt, ein Verbrennerauto zu kaufen. Denn die Elektroautos werden irgendwann sogar noch günstiger werden, also das wird sehr, sehr spannend werden. Hier haben wir auch nochmal die Entwicklung pro Meile, also das ist ja jetzt ein amerikanischer Bericht, da sehen wir nochmal ganz gut, was die Kosten sind. Und natürlich ist die Elektromobilität ein Thema, es wird ja dann auch immer jetzt schon 10, 15 Jahre in die Zukunft geschaut und über autonomes, vollautonomes Fahren gesprochen. Ich habe jetzt mal extra 10, 15 Jahre gesagt, ich will jetzt hier auch nicht viele überfordern. Es gibt ja einige Leute, die sagen, es kommt schneller. Ich persönlich gehe aber nicht davon aus, dass das in Europa passieren wird, sondern dass es eher in Amerika und China als allererstes mit dem autonomen Fahren stattfinden wird. Aber es gibt ja nicht nur diesen Wandel, es gibt ja auch einen kritisierten Wandel, weil viele sagen, wir als Menschen werden ersetzt. Auf der anderen Seite haben wir einen absoluten Personalmangel. Also muss sich die Frage gestellt werden, wie kann man in Bereichen, wo man ohnehin keine Leute zum Arbeiten findet, mit zum Beispiel Robotern hier Dinge automatisieren, um diesem Personalmangel entgegenzuwirken. Das trifft natürlich nicht auf alle Länder zu, aber wir wissen bereits, auch Tesla arbeitet an seinen eigenen Robotern. Und hier haben wir mal eine Schätzung bis 2022. Also ihr seht, vor allem nach der Finanzkrise wurde sehr viel Geld in das Thema Roboter investiert. Es gibt in dem gesamten Bericht auch ein Beispiel von Amazon hier. Und wir sehen, dass die tatsächliche Zahl an Verkäufen für die Industrie immer weiter gestiegen ist. Und dieser Trend wird auch weitergehen. Und dann kommt natürlich das Thema autonomes Fahren. Da wird sich natürlich genauso drüber gestritten wie die Elektromobilität. In dem Falle Elektromobilität gibt es immer weniger Diskussionen, weil immer mehr Leute realisieren, dass es sich durchsetzen wird. Das nächste große Thema, was noch einen Wandel für uns bedeutet, leider in Europa sehe ich das nicht zeitnah. Ich kann es nur wiederholen, aber in Amerika und China auf jeden Fall, ist natürlich das Thema autonomes Fahren. Und das Thema wird über Daten gewonnen. Und Tesla hat ja für jeden einzelnen Tesla, der rumfährt, die Möglichkeit, Daten sich zu holen. Und hier werden sie natürlich das nutzen, um das ganze Thema Full-Self-Driving, welches sie, und dafür kann man Tesla kritisieren, natürlich schon seit Jahren versprochen haben, aber in dieser Form natürlich noch nicht geliefert haben. Das wird natürlich Tesla weiterentwickeln. Egal, was Leute kritisieren, egal, was Leute über dieses Thema sagen, dieser Trend ist auch nicht mehr loszustoßen. Genauso wie die Elektromobilität wird auch das Thema autonomes Fahren sich fortsetzen. Wie schnell es dann kommt, darüber kann man natürlich diskutieren. Und ich bleibe dabei, das wird vor allem auf den Märkten in China und Amerika passieren. Denn in Deutschland oder in Europa, ja, wir haben das Thema im Blick, aber das wird noch lange dauern, bis das die Gesetzgeber tatsächlich die Rahmenbedingungen geschafft haben. Ja, dann gibt es noch natürlich ein bisschen Fantasie. Also das ist jetzt mehr Fantasie als die Elektromobilität oder autonomes Fahren. Was kann dann ein autonomes Fahrzeug irgendwann ersetzen? Welche Distanzen können damit ersetzt werden? Wird es dann irgendwann vielleicht weniger Leute geben, die kurze Flüge nehmen? Wir wissen es alle, man geht zum Flughafen, man muss rechtzeitig da sein, durch die Kontrolle durch, ins Flugzeug raus. Dann kommt man in der anderen Stadt an, man muss dann aber wieder von dem Flughafen in die Stadt reinkommen. Das sind alles Zeitfenster, die natürlich unterschätzt werden. Und da ist natürlich die Frage, ob autonomes Fahren zwischen gewissen Distanzen dann auch dieses ersetzen kann. Ja, also das Thema neurale Networks, wie man es oder Neural Networks im Englischen nennt, das wird entscheidend werden. Und man sieht, dass es eben halt nicht nur fürs autonome Fahren ist, sondern dass es auch für ganz viele andere Themen eingesetzt wird, wie zum Beispiel mit dem Thema Roboter. Ein weiteres Thema, wo sich viel tun wird, ist natürlich erstmal die Roboter, dann das Thema autonomes Fahren, dann das Thema Speicher. Ja, diese ganze Thematik Batteriekosten wird in den nächsten Jahren ein Riesenfokus sein. Und ich kann dazu nur so viel sagen, egal was wir in Deutschland diskutieren, egal wie sich vielleicht die Lobby in Deutschland dagegen wehrt. Diese ganzen Schritte, die ganzen Investitionen in diese Bereiche, es ist nicht sicher, wie schnell es kommt, aber es wird kommen und es wird ein Wandel kommen. Und darüber würde ich natürlich gerne auch in meiner Gruppe auf e-car review mit dir diskutieren. Da kannst du Teil einer immer mehr wachsenden Community werden, immer mehr Leute kommen vorbei. Wir diskutieren über die aktuellsten Themen außerhalb von YouTube. Ich würde mich auf dich freuen und bin gespannt, was du zu dem Thema deutsche Autoindustrie und Fortschritt denkst. Also, danke für dein Dasein, bis dann und tschüss.